Boah, nice, honest, bros und ladies, alter. Wir haben den Freitagmorgen. Für mich geht's jetzt zur Messe. Ich muss noch kurz mein Gesicht ölen cremen. Mit einer Aftersun, ansonsten sehe ich ein bisschen behindert aus. Okay, ich sehe auch so behindert aus, da ist auch nicht mehr viel zu retten. Ihr müsst euch vorstellen, das Flau-Boo kam gerade bei mir ins Zimmer, weil ich habe gestern auch schon eine wilde Nacht hinter mir. Der kam gerade so bei mir ins Zimmer, alter, wie so ein Engel, hat er mich geleckt. Hallo Ron. Ja. Ron Klug, Ron Schlau, Ron hat Flo eine Karte gegeben, weil ich wusste, dass ich ein paar Mal auf die Kacke hauen werde, damit er mich wecken kann, weil er ist halt so ein paar Zimmer neben mir. Hier ist es gestern Nacht also passiert. Ja, Mann, hier, genau hier. Kurzer Beweis. Hier mal die Tüte. Diese Apfel und diese Banane sind nicht von mir, der Rest ja. Achso, was ich noch machen wollte. Wir sind ja keine Penner auf der Tüte. Leute. Oh Mann, schön. Okay, wenn das jetzt auch noch funktioniert hat, dann wäre ich richtig glücklich. Boah, es ist anstrengend gerade alles, ich kann nicht mehr. Leute, auf geht's. Kommt einfach mit. Ich glaube, das ist meine Bahn. Was war los gestern, Bruder? Dicker, du hast wirklich verpasst. Dicker, das wäre deine Bar gewesen. Meine Bar? Ich habe nur Frauen gesehen, mit denen du dich an der Fieber unterhalten hast. Wirklich, permanent. Warum hast du mir denn nicht geschrieben? Dicker, weil ich voll besoffen war. Ja, aber du musst an deinen Bruder denken, oder nicht? Ja, Bruder, ich meinte, komm mit. Du wolltest bei einem ruhig Shisha-Bar machen. Ja, aber dann musst du danach noch mal aktiv auf mich zugehen und sagen, Bruder, komm, hier sind extrem gute Frauen, du kennst die auch alle und die sind schön. Egal, ein Tag ist jetzt weg. Laufen wir überhaupt richtig? Du bleibst gerade da stehen. Laufen wir richtig? Guck mal, du musst dir vorstellen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja? Einen Tag habe ich jetzt schon hinter mir. Ich war erfolgreich, aber wir haben noch drei weitere, ja? Jetzt musst du natürlich wissen, wie du die drei weiteren Tage nutzen willst. Ob du lieber so wie gestern sein willst oder lieber so wie ich gestern. Weil Dicker, du hast gesehen. Du bist zu mir ins Zimmer gekommen, heißt, hast mich geweckt. Also ich kann dir die Szene nochmal erzählen jetzt. Und wer ist da rausgekommen? Wer ist da rausgekommen? Da ist ein Mädel rausgekommen. Auf jeden Fall. Ich gehe dann um... Da ist eins. Um Viertel nach sieben gehe ich dann zu Ron aufs Zimmer. Mach die Tür auf. Bitte schneide. Das erste Mal mir entgegenkommen ist ein Mädel. Die so... Ich so, Alter. Ich so, Alter. Ich so, Alter. Ich mit Kamera rein. Halt die auf Ron. Der so voll am Schnarchen. Nackt. Ich gucke so weiter auf dem Boden. Liegt ein offenes Kondom da rum, Alter. Du hast das auch ganz schön gezeigt, Dicker. Und ich habe alles in meinem Vlog, Bruder. Sag mal, wo laufen wir hin? Gleich eins. Anscheinend. Okay. Zwei Minuten kommt der. Zwei Minuten. Okay, dann falten wir. Oh, Speedy. Schöne Grüße gehen raus an Viktor. Ja, lass mal hier sitzen. Englisch. Du bist komplett am Ende, oder? Ja, ist am Ende. Ja, mal ehrlich. Ey, seid ihr eigentlich hübsch aus? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, oder? Ja, also ich würde eher sagen, so ein verschossener Gesichtshilfmeter, aber okay. Ja? Fuck. Ja, ich bin nicht mehr dran. Zu deinen Entschuldigungen hier. Du warst betrogen, Bruder. Fahrkartenkontrolle. Bruder, hast du kein Ticket? Du hast auch kein Ticket. Ich kann ja auch Studenten. Ja, man hat Tickets immer im Staat. Der hat Studentenleister. Und das sind die wahren Schwarzfahrer. Nicht der Eier. Nächste Station. Köln-Messe-Deutsch. Diese Zugfahrt endet dort. Wir hätten alle Fahrgäste auszusteigen. Vor allem Alter, das war eine Schweizerin. Ich hab die einfach gar nicht verstanden mehr. Digger. Auf einmal. Auf einmal sagt sie. Bist auch auf die FIBO? Bruder, aber sei mal herrlich. Du hast ja FIBO-Tickets versprochen. Ich besorgte die Karten für Freitag. Exklusiv, sagt er. Ich weiß, dass er komm ich morgen auf die Tour gezogen hat. Und er so schön falsche Nummer gegeben, damit er sich nicht melden kann. Hier meld dich, Collins Nummer. Ich glaub, wir sollten uns aber wirklich ein bisschen beeilen, Alter. Wenn Collins nämlich heute Abend den Vlog sieht, Dicker. Und sieht, was wir jetzt vorhaben. Wir haben nur 20 Minuten Zeit, Bro. Ah, okay, Bruder. Entspann dich. Ganz ruhig jetzt. Aber wollen wir mal jetzt was tanken gehen, oder? Wir gehen mal richtig was tanken, wa? Ja. So, wie ist das so zum Freitag gehört, wa? Aha. Auf einen schönen zweiten FIBO-Tag, wa, Bro? Erfrischend. Ich könnte mir Schlechteres morgens vorstellen, ne? Wie spät haben wir's? 8.30 Uhr, Dicker. Lass mal rüber. 15 Minuten müssen wir am Stand sein, wa? Ja. Ich hab meine Karte vergessen, aber ich guck mal, ob ich mit Star-Bonus reinkomme hier. Leider wurde uns grad die Dose abgenommen. Weil der Typ meinte, wir müssen, man darf nur voll alkoholisiert auf die Messe. Und deswegen mussten wir schnell auf Ex trinken. Ja. Alter, seh ich scheiße aus. Aber ich bekomm trotzdem die Frauen, allein weil ich am Rocker Nutrition Stand Athlet bin. Aber Alter, seh ich scheiße aus. Das gibt's doch nicht. Morgen! Awww. Ries doch schon wieder. Ja, ich hab grad auch mit Flo ne Jacket-Dose gekostet. Hast du die Hände gewaschen? Ja. Oh Gott. Nice Schwanz, Bro. Colin, was passiert jetzt? Jetzt kommen gleich die Massen auf die Fibo und wollen ein Foto mit dir, oder? Nice Schwanz, Bro. Ich habe keine Worte mit einem Fibo, oder? Ich habe eine Worte mit einem Fibo. Ich habe die Fibo mit Einen einen Reifen. Ich habe keine Worte mit einem Fibo mitlegen. Ich habe alle Fibo mit einem Fibo mit einem Fibo, nice goodie bags bro kommt alle zum stand auf samstag und am sonntag verteilen wir sehr 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 viele goodie bags und was ist da drin was ist da drin ein shaker ein chips und ein juicy way in einem neuen design ich bin auch die leere flasche bin ich hier leute vertraut mir es lohnt sich zum stand zu kommen wenn hier goodie bags verteilt werden guckt euch mal das hier an die leute die stehen schlange die werden hier gleich eine massel schlägerei auslösen weil der rocker nutrition stand ist der allergeistig stand auf der gesamten fibo und du ja zieht nur ich wollte gerade einfach nur seinen namen sagen hallo was sagst du zu den goodie bags ja die kann mir bringen mit mir bringt jeder alkohol mit was euch mal wieder weiter getrunken ja natürlich bist du jägermeister wurde mir gerade erwähne ich ja heute war es noch willkommen bei rocker nutrition vielen dank dass sie alle so zahlreich am start sind kundinberg-aktion starten mit wenigen sekunden wichtig sagten wir uns heute nicht dringen nicht dringen nicht dringen wach 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 ihr kennt doch jägerbomb oder aber wir machen keine jägerbombe mit red bull sondern mit ehrenmann also wird es eine ehrenbomb da wollen wir mal hier gucken wie das schmecken wird ne guckt euch mal diese ehrenbomb an schau mal ehrenbomb ehrenmann oder nicht ehrenmann hau ab jetzt ehrenbomb ach komm das ist so ein kleines bisschen komm komm es ist freitag ja probiere mal ja ok schmeckt übergeil und ich hab über bock drauf aber nein ich hab nicht so eine macke wie du komm nein jetzt hör auf komm 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 also weiter soll gerade das geld boah du redest du bist komplett durch wie willst du in den nächsten beiden tage überleben? bist du geistesgestört? du hältst dich du isst dich, der ekel hat er weiß nicht was gut ist ja ok die ehrenbomb hat dem glaube ich nicht so geschmeckt ich biete ihm mal die ganze jägerflasche an ja hat nicht so geschmeckt oder? hier trink pur ab jetzt ach komm hab dich mal nicht so mensch mensch hab dich mal nicht so wir sind hier heute auf der fitnessmesse da solltest du auch mal was genießen hier jedes jahr noch über neu übertreiben und jetzt hör auf ernsthaft jetzt von ist wieder nicht ey wenn du einmal weg gehst und am tag danach irgendwie Atze bist das ist kein Ding aber du kannst ey dicker ey lass doch mal mein Jägerbeistern auf geht auf geht auf geht auf geht voll meise alter nice schwanz bros und ladies ähm ich muss euch was zeigen das mach ich nicht alleine sondern ich hab die liebe Nele dabei und folgt mir einfach so meine Damen und Herren dieses Eis bekommt ihr jeden Tag bei uns auf der Fibo gratis rund um die Uhr und das ist noch viel wichtiger als das kostenlose Eis richtig schmeckt richtig geil richtig geil mega danke bro danke bro danke bro ja ganz gut ich bin so besoffen Digger Digger ich bin so besoffen ich bin so besoffen ich bin so besoffen ich bin so besoffen – Digger Digger bitte gehenh ich bin so besoffen nach Hause gehen jetzt kannst du voll vergessen du arbeiten warte mal wie spät ist es Boah ist noch nicht mal schnell fuhr ča können wir heute mit Fensino machen Gib mal bitte von mir weg bitte bitte ne 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 Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey. Komm. Na, ist falsch. So, jetzt ist es gut. Ja, okay. Ja, das ist gut. Wann geht's? Ey Leute, ich bin heute besoffen. Aber egal, kommen die nächsten zwei Tage Samstag und Sonntag bei uns vorbei. Ich freu mich auch auf euch und ich freu mich auf jedes Nice Schwanz, Bro. Oder Kimi? Freust du dich auch, wenn Leute zu dir sagen, Nice Schwanz, Bro? Ja, das sagt jeder zu mir. Nice Schwanz, Bro.